Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die CDU beginnt heute Abend ihren Parteitag und er wird spannend sein. Wir alle wissen das, egal wie man zu der Partei steht, Laschet, Röttgen oder Merz. Die Namen, um die kümmern wir uns später, also morgen, wenn es dann aktuell wird. Heute will ich mal eingehen auf das Motto dieses Parteitags in der CDU wegen Morgen. Das ist ein völlig nichtssagendes Motto oder ein völlig nichtssagender Slogan. Und man hat ja gerade in diesen Tagen das Gefühl, dass es eigentlich gar kein Morgen gibt. Gestern habe ich von jemandem gelesen, der gesagt hat, ich habe mir gar keinen Kalender für 2021 zugelegt, weil ich gar nicht weiß, was morgen ist. Ich weiß nicht, was ich eintragen soll. Und diese Partei, die spricht davon, dass sie wegen Morgen da ist und antritt. Den besten Kommentar, den ich zu diesem Motto gelesen habe, den habe ich auf Twitter gesehen. Wenn sich diejenigen, die nach dem Morgen schielen, erst mal anständig um das Heute kümmern würden, wäre vielen gedient. Ich glaube, besser kann man es gar nicht sagen. Ich habe mir mal mit Blick zurück angeschaut, welche Slogans, welche Wahlkampfmottos die Parteien, nicht nur die CDU, so in früheren Jahren gebracht haben und wo die heute stehen. Und das sind solche Kontraste, die kann man gar nicht übertreiben. Zum Beispiel die CDU-Slogans von 1976. Aus Liebe zu Deutschland. Freiheit statt Sozialismus. Freiheit. Das ist die Partei, die jetzt so weit nach links schielt, dass sie sehr wahrscheinlich nach der nächsten Bundestagswahl Ende September mit den Grünen koalieren wird. Und die auch noch weiter nach links schielt. Sonst hätte man ja nicht dafür gesorgt, dass eine verfassungsfeindliche Politikerin in Mecklenburg-Vorpommern ins Landesverfassungsgericht gerät. Und sonst wäre die CDU auch nicht dabei, den Unrechtsstaat DDR zu rehabilitieren, um vielleicht doch die Linken noch mal mit ins Boot zu nehmen, wenn man sie braucht. Tja, und dann 1976 lautete ein Wahlkampfmotto auch aus Liebe zu Deutschland. Komm aus deiner linken Ecke. Inzwischen ist die CDU in die linke Ecke gegangen. Weitere Mottos von 1949. Der Anfang der Republik. Es geht um Deutschland. Das ganze Deutschland soll es sein. Es geht um Freiheit. Wählt CDU. Jetzt erleben wir unter der Führung dieser Partei und ihrer Bundeskanzlerin die größten Freiheitsentzüge, die es in diesem Land bisher gegeben hat. Die Grünen sind auch nicht besser. Bei denen habe ich gesehen. Zum Beispiel von den Grünen im Bundestag ein Tweet, der stammt von gestern oder vorgestern. Unser Ernährungssystem ist gescheitert. Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Und mit der Partei will die CDU koalieren nach der nächsten Bundestagswahl. Das überzeugt niemanden. Die SPD 1976. Modell Deutschland. Freiheit, Sicherheit, soziale Demokratie. Man hat das Gefühl, die reden da von allem, was sie heute nicht mehr darstellen, was sie bestimmt nicht tun. Jedenfalls für die Freiheit wird da nicht viel getan. Und was aus der inneren Sicherheit in diesem Land seit 2015 geworden ist, das wissen wir ja auch. Die SPD 1969. SPD. Die beste Zukunft, die sie wählen können. Inzwischen hat die Partei selbst keine Zukunft mehr. Oder die SPD von 1965. Die Zeit ist reif für eine Wachablösung. Tja, das können wir heute mit Blick auf diese Partei und die ganze Koalition wohl sagen. Die Grünen, die sind so einfallslos, dass sie ein Motto von Frau Merkel klauen. Und das sehen Sie hier. Und das zeigt nicht nur, dass die Grünen zur CDU schielen wegen der kommenden Bundestagswahl. Das zeigt auch, wie weit die CDU nach links gerückt ist, damit sowas möglich werden kann. Die Grünen noch 1990. Ohne uns wird alles schwarz-rot-gold. Haben die komplett abgelehnt. Und jetzt zeigt der Spruch von damals natürlich mit der sich anbahnenden Koalition in Berlin, wenn sich da nichts grundlegend bis September ändert, wie biegsam und wie machtbesessen. Das ist der Hintergrund. Die Grünen sind aber nicht nur die Grünen. Tja, und die CDU, um auf sie zurückzukommen, weil der Parteitag heute Abend beginnt, die wirbt auf Twitter sehr, sehr fleißig, wie gut sie ihr digitales Parteitagsstudio aufgebaut hat. Der Tweet dazu heißt, auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmeter wurden 5 Kilometer Glasfaserkabel verlegt, 240 Audiokanäle genutzt, 250 Scheinwerfer angebracht und 500 Meter Messewände eingebaut. Ich kann nur sagen, wenn die das für ganz Deutschland gemacht hätten, dann würden wir uns jetzt alle hier vorkommen, was die IT-Infrastruktur angeht, wie in einem echten Zukunftsfilm. Da wären wir schon im Morgen wegen Morgen, um auf das Motto zurückzukommen. Aber ich erlebe hier in dieser Woche vor allem bei meinem jüngsten Sohn, der in die 10. Klasse geht, dass der Server zusammenbricht. Wenn die Schulen den digitalen Unterricht ausbauen, auch wegen morgen.